Was? Es ist echt schlimm, ich weiß immer nie, wo ich hin soll. Es wird einem nie gesagt, wo du hin sollst. Ich guck nochmal, vielleicht ist ja... Ah, okay, jetzt passiert was. Zombie! Klatsch. Was ist los? Der alte Slam hat... Was hat der alte Slam? Ist er alt geworden? Oh, er hat tot gemacht. Ich sollte mal... Ähm, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay. Tausch. So. Was hat der olle Slam gemacht, ne? Was macht Slam? Was für bloße Sachen. Auf ihren Zahnrad zu stehen. Ja. Bum, bum, bum. Was ist hier los? Sind sie in Ordnung? Mir ist nichts passiert, aber... Es ist meine Schuld. Ich hatte gedacht, dass Slam... Warum hat er es nur getan? Aber Slam hat doch immer vertraut, wie ein Bruder am Sollte ausgehen. Äh? Das wollen wir ja bald gewissen. Und wir werden dann gesorgen. Bla, bla, bla. Geh mal bill allengeschne. Ach, als ob ich eine Wahl hätte. Soll ich keinen Strom einließen? Na, Geek, wenn er sucht ein Zahnrad? Ja. Kriegt ihr... Dumme Menschen. Es gibt die zu oft. Ach Gott, Gott, Gott. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es war hier. Ich glaube, es war an der Baustelle oder an der Wüstenbar. Eins von beiden. Und ein Zahnrad. Da haben wir es ja. Dankeschön. Jetzt ein Zahnrad. Ich nehme dieses Riesenteil einfach mal mit. Macht zwar eigentlich gar keinen Sinn, aber es ist ja egal. Wieder zurück nach... Spiritus. Spiritus, oder wie die Stadt heißt. Was weiß ich. Ich nenne die Stadt aber jetzt Spiritus. 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 Ich kann nicht mal schnipsen. Das ist assig. So, ich muss jetzt erstmal was trinken. Also, mir so leid. Wirklich alles in Ordnung? Ich bin okay. Kein Grund zu sagen. Wirklich? Ähm, nee, das ist so eine Art Vitali. Ich sag mal, wirklich? Dann bin ich ja beruhigt. Aber ich frage mich, was Slam mir dabei gedacht hat. Ja, es fiel bei ihm selbst schwer. Aber offenbar war er überzeugter, obwohl er keine andere Wahl blieb. Ich kenne nicht Slam. Äh, für grübe Gründe, ich nehme er rüber. Oh, irr. Hehe. Ich glaube, du solltest dich besser bedanken, Grant. Ja, das ist, ähm, das ist doch das Zahnrad, das ihr habt und es gefunden. Ja, ich danke verpflichtet. Bitte verzeiht meine schroffe Art. Ich kann euch wohl noch vertrauen. Danke euch vielen, das war mein Herz empfehlen. Vielen, vielen Dank. Bade, bade, geht Zahnrad rein. Zahnrad. Bing, bing. Bus in die Installation. So, da ist es ja. Perfekt. Okay, zwei Jahre am Rad. Du drehst echt am Rad, Junge. Bäh. Bäh, 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 nana. Mane. Lauf wieder in Ordnung. Äh, Muni, Rai, Mane, Rabe. Bitte an dich. Willst du mich hier anhören? Ja. Jetzt dürfen wir hoffentlich endlich an diesem vergackten Turnier teilnehmen. Ich würde mich beschweren, wenn nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich, ich darf mit Krypto-Pokémon nicht an Turnieren teilnehmen. Deswegen halten wir mal. Muss ich überhaupt teilnehmen? Nee, muss ich nicht. So. Ähem. So, hallo. Hör mir gedulden. Strohgängstchen. Kann da genau werden. Hallo, willkommen. Soll ich das ja? Will teilnehmen, antreten, aber der Langhilfe, versuche zu gewinnen. Okay. Wui. Ach, ich muss alle... Oh, nö. Ich kann nicht ohne ihre Unterstützung gewinnen. So macht Gewinn auch keinen Spaß. So macht Gewinn auch keinen Spaß. Okay, von mir aus, wenn ihr es nicht anders wollt. Was ist das denn für ein Name? Schrebe und Sande an. Okay. Ah, ich dachte, dass sie doch viel mit Krypto-Pokémon antreten. Okay, gut. Das finde ich gut. Schaufwolke und Komposition. Schrebe, ich mag Schrebe nicht. Das ist ein dummes Spiel. Man hat mir auch gesagt, ich hätte Tyra Croc nehmen sollen. Aber ich mag kein Wasser. Ich mag kein Wasser-Pokémon. Du kannst nichts sehen. Der Nauigkeit ist im Arsch. Schlag dich selber. Danke. Fairness. Was, das Ding lebt noch? Au. Ist das denn bekloppt oder? Ja, wurde vergiftet. Komm. Mann, ey. Lebt noch mit kurz an Energie. Ich das liebe und verachte. Oh, schon wie. Furium wurde es aktiviert. Auch noch. Komm, töd dich selber. Ja, nee, ist klar. Wie ich es liebe. Kratzer. Ich bitte dich. Komm, jetzt noch mal ordentliche Attacken. Giftverletz kommt auch noch. Ja, bis wieder. Rufen. So. Das ist jetzt gerade echt assig. So. Dankeschön. Entschuldigung. Wollte ich nicht. So. Ein Sandarm weniger, was die Welt belästigt. Töte dich selber. Natürlich nicht. Ey. Ist jetzt einmal passiert. Ich glaube, jetzt haben die Gegner wieder ein paar Milliarden mal, dass sie nicht vom Gift verletzt, äh, nicht von Verwirrung selber verletzt werden. Schaufler. Oh, geile Attacken. Willst du mich gar nichts mit ihm machen? Es ist mir egal. Es ist, ja. Mich hat schon wieder jemand ins Kopf gehalten. Das ist mir egal. Den block ich gleich. Ihr verschwendet damit eure Zeit, Leute. Ich werde euch nämlich nicht annehmen. Mal gucken, wen haben wir... Also, kann ich jetzt nicht gucken. Das ist im Vordergrund, das Bild. Das würde es auch bleiben. Ich sag's euch immer wieder, Leute. Ihr verschwendet damit eure Zeit. Ich werde euch nicht in Skype annehmen. Das ist mir so egal. Ich bin nicht dazu verpflichtet, euch in Skype anzunehmen. Und deswegen werde ich euch nicht annehmen. Das ist für euch eine reine Zeitverschwendung. Und dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn ich denn sauer werde. Das K.O. Turnier gewinnt. Ja, da... Grotesker Mann. Natu und Medit. Das ist sehr untreu. Guck doch so behindert. Die Gelaber geht schon mittlerweile fast richtig gut. Also, der ist schon fast geschafft, das Schlimmste. Und hier ruhig jetzt mal nach Tara raus. Hat hier doch bessere Karten als... als Sianna. Kört sich ein. Dankeschön. Silberblick. Ach, blöse Herbe. Sag mal, kommt doch mal was Ordentliches von denen? So, Schaufler. Full Cross, Alter. Irgendwas ist... Ja, das Ding läuft auch noch auf den Händen. Ist klar. Das sehe ich auch so. Kraftreserve. Let's use the nützlose Attacke. Volltreff. Ist sehr effektiv. Was? Okay. Ist mir neu. Biss. Hom, 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 hom. Och, und überlebt mit... Och, Mann. Ne. Oh. Du bist echt schon bald gut, Junge. Du bist echt schon bald durch. Schnabel. Vogel rastet. Was? Volltreffer. Jetzt könnt ihr auch mal ruhig mit so einem Rotz wieder aufhören. Konfusion. Hat keine Wirkung auf Nacht, Tara. Ist Sonnenlicht. Stirb. Jetzt mach ich mal Volltreffer hier. Was sagst du nun? Wissen wir rufen und nach Tara. Finish it.